Und weiter geht's hier in unserem 3D-Contest. Diesmal ein Modell, ganz eindeutig zu sehen, mit Verbrenner. Das ist eine TSA, aber das interessiert jetzt alles nicht, was wir für ein Modell haben. Ja, der Pilot ist Simon von Dauer, der da direkt gegen den Manuel Röhrlein sitzt. Das ist eine TSA, aber das ist eine TSA, aber das ist eine TSA. Das ist eine TSA, aber das ist eine TSA. Das ist eine TSA, aber das ist eine TSA. Das ist eine TSA, aber das ist eine TSA. Das ist eine TSA, aber das ist eine TSA. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, ich schätze dich. Da kommt er jetzt rein und muss auch landen, denn die haben natürlich alle eine Zeitvorgabe und in der sie sich bewegen müssen.